so sind aber ein paar schimmige talien oder so aber da nicht dort die tatsache wirklich gut auch ne 1 2 3 4 5 6 7 ein kleiner jäger geht spazieren plötzlich kommt ein haster her und schießt auf ihn mit dem gewehr hängen pengen oje oje der kleine jäger stirbt ob er kriegt nach haus zurück und spricht begrabt mich tief und weckt mich nicht das ist voll das geile oster gewicht warte mal das griech hat sich ich habe große ist das echt geil hat sie haben wir noch viel machen können wir leider nicht weil wegen strahlung und aber er ist schon ganz interessant kein bock drauf ach doch bock auf ostern habe ich schon aber ich kann auch mit humor leben ich will hier wirklich rein ich bin auf der schiss auf du mein einzig eine selbstmode für mich das ist Danke schön. Ich bin in Kiew. Oder in Slavutich. Ich bin in Prostitutka. Ich bin konkret eine Frau. Tатьяну Amalie. Entschuldigung, ich habe hier keinen Tатьян gesehen. Sлушай, Zeit geht. Jetzt geht es wieder. Das ist ja so. Wir beginnen mit dem, dass in jeder mitteilung, dass es ein kodisches Name ist. Und das heißt, es sollte das mitnehmen nehmen nehmen. Es ist die Idee? Es ist egal. Es ist egal. Aber es wird nicht gut. Wie geht es über Panzerkampfwagen? Wie geht es? Cool. Ich habe wissen, dass die Telefonkontrolle über die Woche geht es hier einmal in der Woche. In der Maschine ist der Maschine. Das ist es für dich. Und? Und du schäst ein Hack, welcher gibt es dir доступen. Ich zeige dich. Okay. Ich hoffe, dass alles klappt. Ich bin bereit. Die Maschine läuft schon. Wir beginnen mit der Panzerkampfwagen. Alles klar. Wir gehen, unser Panzerkampfwagen. Also ich finde ja, Russisch, also deutsches, russisch oder russisches Deutsch, nachdem jemand es nennen möchte. Finde ich ja mega sick, ne? kampf war gehen aber ich hätte damals damals gelegen ist auch mit richtig schön russisch deutsch geredet ist echt gut woher geht es nicht warum höre ich hier aufgehen und ein kinder lachen aber leute sitzen war die eben war die eben schon da ich gehe freiwillig danke tschüss gott nichts ist schlimmer als puppen und kinder in einem spiel also in einem horrorspiel nichts ist schlimmer alter wo muss ich denn dahin da kann mich über nicht hin wegen jetzt ein radio kühlen beratung und so ich bin schützer ohne bitte ein bisschen zeug hier vielleicht noch ja aber riesige spinnen sind immer scheiße nicht nur ein horrorspiel hier liegt noch ein bisschen zeug rum hier liegt noch ein bisschen zeug rum aber zeigt mir gleich wieder alles an da ist ja ich hoffe er ist alleine töte ihn noch ich habe mich verklägt hat keiner gesehen beruf ich bin hat voll den kopf getroffen krass beim bewegenden gebieter gebiet genau ein bewegender typ hier im zelt michael notebook mit dem kruente wäsche agon wäsche Schugaman was meint ihr soll ich nach sachen von tatjana suchen oder einfach gehen ich glaube ich gucke einfach was in our was in our was to die ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe es ich habe es Du fragst, du fragst! Geht auf Schiff! Da geht doch irgendwas schief gleich. Oh Gott, schön, dass meine Frames gerade ruckeln, ja? Jetzt gehts wieder. Okay. Punkt im Boden, ja. Ah, hier bin ich okay. Ah, hier bin ich okay. Hey! Hey, daaam! Wie geht's, urody? Das bedeutet, dass du so eine Arbeitstunde, wenn du nicht in Syrien fließt. Ich sehe den Weg. Zweig! Ich sehe den Weg! Ich sehe den Weg! Dankeschön! Das ist das. nur nicht auf die Stadien Sie sind schon sehr nahe Sie sind schon sehr nahe Ich glaube, dass die Schlauhe sind Was sie eigentlich harnet in den Bischen? S*** Может, in Gazprom? Gebrei dich? Ja, ne leid dich! Du bist für mich! Ich schauke auf www.hardizelonlyhunter.ru So, jetzt eure Entscheidung, komm Nach Tatjana suchen oder Mission machen Ich weiß es nicht Ich hoffe es ist auch gerade Pause, während ich jetzt hier stehe Gut Erstmal habe ich gerade echt, nee, muss nicht sein, komm Das geht nicht gut, ich kenne mich Toll Können wir hier noch ein paar Sachen finden, vielleicht Schau mal hier Ach schön, dass du eine Antwort schreibst, nachdem ich dann alles abgeschickt habe Geil Die Wechsel vorher gefuckt Ah, können wir jetzt noch ein bisschen hier Da sind wir in Italien Können wir mitnehmen Wir müssen ja nicht direkt gehen jetzt Gehe ich mir noch Zeug rum, ne Noch Waffen drinne Ah, ich kann mich so sonnen Ich habe hier alles verbombt Das jetzt, ne Muss man leider Ah Da komm ich nicht ran Da muss man ja wegbewegen Da muss man ja wegbewegen Ja Ja Die Die Da kann ich lieber ein bisschen vorsichtig jetzt, dass hier alles schief geht Ja, das ist Radioaktivität Ja, das ist Radioaktivität Entschuldigung Entschuldigung Ja Even ‑‑ Okay, ja gut Gehen die wecken oder so? Ja, gut Der fängt hier halt Ja gut Ah, nee, geht da Oh Gott Will ich hier rein? Also ein Loot erwähnt Wollt Ich sehe es nur, komm Den Maske brauche ich gerade nicht Hier ist kein, äh Kein Gift oder so So dunkel Oh Okay, nix Nee, schade Wo, warte, 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 warte Nee Ach, das Gewitter kommt langsam Ich glaube es geht lange mehr los Ich bin mal gehört zu lange in der Zone glaube ich Das ist schon mein Gefühl, dass ich es lange hier bin Was dann das Gewitter losgeht Oh my god Dude Povtori слова, sletающие с моих мертвых губ! Enmaranadomus, navakrunatus! Krudus Krua! Krudus Krua! Will ich noch mal drücken? Perestań chwatatsa za niewosmożne! Perestań chwatatsa za niewosmożne! Zabuć anee! 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 Amnigolas hat sich köln halt als köln erschossen aber eins hier ist ja noch das gewitter kommt auch immer näher ich glaube ich gehe jetzt erstmal ich kann mir sowieso mal anders gebiet dann kann ich die eine frage machen alter das spricht aber cool warum das war aber es war cool erfolgreich und erfolg sehr schön also recht zeug gefunden obwohl nur ein bisschen erforschen war auch nicht schlecht ich kann die psyche mal ein bisschen verbessern dann ist das sowieso gut er lebt immer richtig gut meine gesundheit ist echt so in den arsch da muss ich mal gucken hat sich jemand optisch verändert dann fliegt ein heli aber ansonsten ist optisch glaube ich gar nicht so viel passiert hier oder es ist ein mehr geworden ich habe aber auch dass wir diesen typen von der platte war irgendwie auch von rette kriegen für uns heute aber die war leider nicht so noch nie казалось что ты делаешь неправильные вещи ich habe mich über das nicht gedacht ich habe mich über das alles Ja, jau. So, wir können sie nehmen. Kannst du mich lernen? Wahrscheinlich. Es geht nicht. 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 Wirklich. Na gut.